Hallo meine lieben Zuschauer und weiter geht's. Mal sehen, ob ich mich jetzt geschickte anstelle, die Schwefelbrocken zu sammeln als vorher. Ach, warte mal. Ach, wo haben wir denn hier mal Schwefelbrocken? Hm, da hinten. Aber hier kommt doch bestimmt wieder irgendwie ein blödes Vieh raus, ne? Ja, hab ich doch gewusst. Ich hab's doch gewusst. Okay. Ähm, so. Okay. Jetzt habe ich hier meinen Schwefelbrocken. So, warte mal, stelle an einem Ackernumarchiv oder Zeltlager irgendwo das Heidelmittel her. Ähm, okay. Okay, warte mal, kann ich jetzt ein Zeltlager? Oh. Natürlich nicht, weil ich nicht genügend Materialien habe. Also wir machen mal wieder typisch. Okay, gut, egal. Dann gehen wir halt zurück in die Stadt. Ähm, Ackernumarchiv guck's hier ja nicht. Ne. Ja gut, dann gehen wir in die Stadt zurück. Ja gut, hätte ich auch gleich hier und so machen können. Also, hab ich nicht dran gedacht. Da hab ich nicht dran gedacht. Okay, wo haben wir jetzt hier das Ackernumarchiv? Warte mal, wie sieht das eigentlich nochmal aus? Ne, das Gäberei, das Handelsbusten, das Steinmehl, ach da. Ja, da hab ich nicht dran gemacht. Ah, ja, hier bin ich dran. Ja, das geht nicht dran. So, warte mal. Ah, ja, hier bin ich dran. Ich hab's Heidelmüge, oder? Ja, genau. Ja, genau. Ja... Ja, ich hab's Heidelmüge. Ja, genau. Okay, sprich mit Garzen, lakam, lakam, weiß ich nicht, lakamie, lakamar. Warte mal. Ne, war doch mal gut. Ach, da muss ich fern hier wieder falsch herunternehmen. Wie ist das denn, wie er kommt denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Wie ist das denn? Ach Gott, was drücke ich denn da jetzt hier? Oh, großer Osiris! Emotep ist fort! Äh, was soll das heißen, fort? Er faselte plötzlich davon, uns retten zu müssen. Dann rannte er einfach hinaus. Ich wollte ihm nach, aber ich wusste, es wäre klüger, auf dich zu warten. Ich bin schließlich kein Krieger. Okay. Emotep ist besessen von Sutex Rückkehr. Er bestand darauf, dass er den Pfad vorbereiten müsse. So habe ich ihn noch nie erlebt. Er nannte sich selbst Visier der Ahnen. Du hast das Richtige getan. Wohin ist er gegangen? Er ist sicher auf dem Weg zu den Toren von Sutex westlich von hier. Viele denken, der Ort sei verflucht und gesegnet zugleich. Emotep sucht nach dem Auge des Horus. Was ist das für ein Auge? Ich habe es selbst nie gesehen, aber Emotep erwähnte es mehrfach. Es ist eine Art Schlüssel. Emotep will es unbedingt haben. Deshalb ist es wichtig, dass wir es zuerst finden. Und was ist, wenn Emotep nicht mehr zu retten ist? Du hast das neue Elixier. Vielleicht kannst du Emoteps rasenden Verstand damit besänftigen. Vergiss nicht, dass der gütige, gute Mensch noch immer in ihm steckt. Du musst ihn nur wiederfinden. Na supi. Okay, wo muss ich denn jetzt hin? Wo? Ja, da. Da ganz hinten hin. Na gut, dass ich schon mal alle Schnellreisepunkte freigeschaltet habe. Okay. Warte mal. Gut, warte mal. Wo kann ich mich jetzt hier mal erstmal anmelden? In dem Fall der Filter, dass ich draufgehe. Alles klar. So. Warte mal, wie viel... Ähm... Habe ich jetzt hier eigentlich hier 11, 2, 2, 11 von... Hm. Kann man schon einiges machen. Okay. Okay, folge Emotep und folge in Ortoe von Seeket. Seeket. We'll check. We'll... 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 Und da werden wir ja auch schon. Äh, warte mal. Gibt es hier noch mehr Gegner? Ich glaube nicht, ne? Und dann suche die merkwürdige Energiequelle an der Mauer. Okay, wie komme ich denn da jetzt aber hoch? Hier vielleicht. Ähm... Ja, okay. Oh! Gott sei Dank. Ätzot Projektor aktivieren. Räge den Projektor richtig aus. Aber... Okay. Ist das so? dreh den spiel so dass sie den absort strahl nach vorn lenken ja aber jetzt muss ich da jetzt muss ich da gehen okay so weit so gut aber da muss ich aber okay gut so wie komme ich jetzt aber da ok vielleicht hier die treppe hoch wow 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 wau Woa, woa, woa! Woa! Alter! Das ist ein Ding! Das ist ja... Krass! Ich bin eben gerade lang gemacht worden. Okay. Dabei habe ich echt gedacht, dass ich sie noch klein kriege. Oh, nein, okay, gut. So, ich gebe auch mal hier. Ah, kacke, scheiße, schade. Okay, gut, daneben nicht. Aber mit bisschen Glück ist der eine Typ noch nicht... Sondern... ...das Neue ist da, der eine da. So. Okay. 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 Da sind wir drüben hin. Ich habe gerade echt gedacht, ich fall runter. Ja, jetzt ist die große Frage, wie komme ich jetzt da oben hin? Hier vielleicht irgendwo eine Möglichkeit, irgendwie hier rum? Nee, ne? Nee. Okay, aber wie kommt man jetzt da? Blutverkehr. Was seid denn? Wie komme ich jetzt da oben hin? Ja, warte mal. Ja, ne, ne, ne. Ne. Oh, drei Leute. Ja, ja, irgendwie muss ich hier entlang, aber wie soll ich das schaffen, wenn da drei Leute sind? Ja. 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 Ja, ja, das ist irgendwie hier oben rüber. Es sei denn, ich könnte vielleicht sogar einfach irgendwie durchlaufen. Vielleicht habe ich ja sogar Glück. Glück. Vielleicht habe ich ja Glück, denn die alleine kriege ich nicht klein. Okay. Die haben also keinerlei... Okay. Die haben also keinerlei... Okay. 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 Aber wie kommt jetzt da hin, wenn ich da die Treppe holt? Ja. 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 Die haben mich jetzt mitgekriegt. Nee. Okay. Und ich suche das Gebäude, das der Strahl markiert hat. Okay. Ja, ist ja da unten immer noch getriggert. Ja, kacke, Mann. So, ich komme da drüben jetzt aber nicht hin, ohne hier wieder irgendwelche Eierköpfe zu triggern. Sag ich doch. Och, ich wollte das auch noch einer, das ist auch noch einer. Okay. So. Wow. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Wow, wo bist du? Alter, wo bist du? Ach da. da habe ich auch noch mal glück gehabt ja kacke ist noch ein zweiter scheiße oh toll das hat aber gar nichts gebracht haben wir jetzt hier hole das auge des horos nutze deinen stab verfolge seine quintessenz ich bin bei dir ich werde dich leiten ok quintessenz verfolgen benutze den arztab um ihm mit der spur zu folgen truhe ist leer das auge schoss ist weg Was ist das? da bin ich mal gespannt wo es das ganze neun führte oder welche hier ist kann hier eine schöne rolle gut aber das werden wir in der nächsten folge weitermachen ich danke mich fürs zuschauen wird gefallen hat däumchen abo kommentar et cetera pp bis zum nächsten mal bei bei